Jo Leute, willkommen zurück zu Xenoblade 3, Folge... was haben wir jetzt? Folge 4, ne? Letzte Folge war crazy, Leute. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, guckt euch erstmal die letzte Folge an. Richtig, richtig geil. Ich hab nix verstanden. Niemand hat irgendwas verstanden, was da passiert ist. Aber es war richtig geil. Und jetzt steuern wir Julian statt Noah. Aus Gründen. Und wir sind auf dem Weg zu diesem... zu dem Ding, ne? Darf mal über hin, dann müssen wir zurück. Hier ist ne Wand. Bestimmt da oben. Aha! Aber wie komm ich da hin? Da komm ich von der anderen Seite wahrscheinlich hin dann. Okay, dann können wir hier hin porten. Sollen wir erst die Fragezeichen machen? Ich hab Bock erst die Fragezeichen zu machen. Ich bin schon näher. Ihr seid so scheiße, ne? Das ist unglaublich. Reisepunkt. Aha! Okay. Ich kann gar nicht porten. Ich muss laufen. So ein Scheiß. Okay, laufen wir. Da hast du dein Thumbnail. Ne, ne. Lass mal. Und Achtung, ich gebe dir erst folgendes, wenn ich weiß, draußen. Wir müssen gleich sowieso mal eine kurze Essenspinkelpause machen. Nach der Folge machen wir eine Pinkelpause. Ich muss echt dringend. Die sieht schon cool aus hier in ihrem schwarzen Anzug, ne? Ich mag Juni am liebsten, abgesehen von diesen komischen Flügeln am Kopf. Die mag ich gar nicht. Was ist eigentlich diese... Oh, da vorne ist die Shiny. Nehmen wir das mit? Aber es sind viele Gegner. Versuch's mal. Power Ring. Schöne Eilung. Schöne Eilung. Power Ring. Haben wir nicht auf Japanisch umgestellt? Power Ring. Ja, Panisch, ne? Machen wir noch schnell. Er hat letzte Folge entschieden. Wir machen mal hier auf Japanisch. Äh, Option. Ton. Panisch. Vorhutlager. Rastpunkt. Da gehen wir mal hin, ne? Vielleicht kann ich wieder leveln. Zonben, niederrke. Da gehen wir mal hin. Zonben, niederrke. Zonben, niederrke. I love you. Mach mal, ne? Wie wahrscheinlich ist es, wenn ich hier runterspringen, da ich sterbe? Sehr wahrscheinlich, ne? Oh, das hat weh getan. Ah, da war eine Hülle. Da muss man flöten. Da hinten ist eine Kiste. Oh, das ist ein Kiste. Oh, das ist ein Kiste. Oh, das ist ein Kiste. Die ist so aufkickt mit ihrem Fuß. Ein paar Kleinigkeiten gefallen mir sehr an dem Game. In Elden Ring geht das ja nicht, Skoppel. Hat irgendjemand eine Ahnung, was rechts diese 13, die da jetzt stehen ist? Oh, das ist ein Kiste. Was ist das? Der ist ein Kiste. Und er kommt auf dem Roller. Ich wollte nur den Schweini mitnehmen. Das Wetter. In-game Uhrzeit. Ah, 13.51 Uhr. Das kann sein, Metaz. Das stimmt die Uhrzeit. Aha. Wetter und Uhrzeit gibt es. Wer hat die Cutscene vermisst? Da ist die nächste. Das stimmt. Oh. Bis zum? Bis zum? Wir sind die Begrönte, im GleHaft! Ich habe keine Sehle. es klingt halt dass jeder andere japanisch nicht gleich aber gut gleich die angst Ich glaube, mein Ohnmacht, der muss sich auch bewahren, ne? Ob wir das jetzt erst machen würden, egal, gewonnen. Weißt du noch, wieso die jetzt böse sind, obwohl das unsere Kollegen sind? Weiß das jemand aus dem Chat? Wurde man wieder nicht aufgepasst, deswegen gab es ja gerade diese Backdings, weil niemand aufgepasst hat. Weil die Oho-Boros befohlen haben, okay. Ah! Gecheckt. Ich weiß aber nicht, wieso die das gecheckt. Hä? Ich verstehe das nicht, weil... Ich hoffe ihr habt's. Wenn ihr es verstanden habt, bin ich glücklich. Ach du wusstest das? Scheiße. Guck mal, die werden auch angegriffen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da sehen. Du wirst alles auf jeden Fall sehen. Ich weiß nicht, ob du es auch auf jeden Fall sehen. Nein, ich weiß nicht. Diese Lichter... ...und doch... Du weißt nicht? Wir sprechen später. Wir müssen uns von hier entfernen. Skoppel, so bin ich auch. Guck mal, Maynes Plateau. Fast, fast, fast. Du steuerst jetzt Mio. Mio übernimmt die Verteidiger-Verteidiger, ihre Klasse heißt Sephir. Verteidiger erzeugen Wut und ziehen so die Angriffe auf sich, um Mitstreiter zu schützen. Nutze Block- und Ausweichtechniken, um deinen Schaden zu begrenzen. Wenn du die Aufmerksamkeit deines Gegners auf dich ziehst, blitzt dein Spezialtechnik-Symbol blau auf und deine Spezialtechnik wird enorm aufgeladen. Bla 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 zählen auch zu den Rollenaktionen, laden Spezialtechnik erst auf. Ja, alles klar. Alles klar. Guck mal, wer ich bin. Hallöchen. Was soll ich denn überhaupt machen? Es gibt kein Zurück nach Kolonie Gamma. Zieh fürs Erste weiter. Okay. Esere! 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 Der Horn, Yelou! Geh ooooh! Geh ooooh! Oh, da ist ein Shiny. Oh nein! 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 Okay. Ja, hast du mir eben schon erzählt. Okay, rote und blaue. Okay, wir brauchen blaue Routlinien. Gib her. Schön, blau ist gut. Klasse. Ja, ja, weiß ich ja, weiß ich ja, weiß ich. Oh, wow. Gewinnen den Kampf. Easy. Die ist viel besser. Die ist viel besser als dieser blöde Noah. Danke für den Lurk. Ey, sorry. 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 Welches Level haben wir eigentlich? Elf. Natürlich. Find's aber doof, dass Mio ein Verteidiger ist. Eine Verteidigerin ist. Kann ich das auch machen? Auch im Kampf? Dö. Schade. Den Kampf machen wir eigentlich. Das ist ja gar nichts für mich. Nein! Geht weg, ihr scheiß Wölfe, man. Ah, komm, hau mir den, hau mir den Wolf weg. Wenn das so will. Das ist ja gar nichts für mich. Schöne zöpfen. Arigato. Arigato. Es ist ein bisschen wunderschön, aber es ist alles okay. Ich werde mich abattet. Ich werde mich überraschen. Cutscene Ich glaube, das ist ein guter Mann. Das ist das gleiche. Das ist das gleiche. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Du bist, oder? Du bist, oder? Du bist, oder? Ich will. 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 Du bist, oder? Es ist das wirklich. Ich werde nicht zurück in den Coronyen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Welt ist ein敵er. Wahrscheinlich ist das wirklich. Ich werde nicht mehr zurück in die Kolonien. Die Augen... Die Augen der Runden. Die Augen waren gleich. Das ist eine Penny. Das ist das, was ich. Die Augen der Runden. Die Augen der Runden. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Aber... Wenn man sich die Augen der Runden, dann wäre es ein Problem. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Was ist das, was ich? Du wirst, was du? Du wirst wie ein Runden? Das ist das, was du? Man. Man. Das ist ja nicht. Man. Man, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber das ist erstens, dass wir uns nicht verletzen. Wir müssen uns nicht verletzen. Wirklich? 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 Was ist in den anderen Teilen so krass mit den Katzen? Wirklich? Wirklich? Ich habe gesehen, wie ich den Katzen auf dem Kapitel gesehen habe. Was? Ich habe gesehen, wie ich den Katzen auf dem Kapitel geschehen habe. Ich habe gesehen, wie wir ihn schlagen. Ich habe gesehen, wie wir die Katzen auf dem Kapitel gefahren. Das wäre gut. Wissen Sie, wieso ich japanisch doof finde? Weil ich jetzt mitlesen muss? Bei Englisch konnte ich auch mal nicht mitlesen. Wieso? Wie war das denn? Geht's noch jemand so? Ja. Moin Millenials. Ich fand's besser andersrum. Ich mag gleich wieder Englisch. War ja nur mal um zu hören, ne? Bei Japanisch hast du halt diesen, diesen, dieses Feeling. So musst du auch mitlesen, ja. Diese Millenials geht's wie mir. Wieso sagen die manchmal Mio, manchmal Mio. Ich versteh's nicht. Danke für den Follow. Viel Spaß mit den Emotes. Hallo Lara. Ich mag die mehr. Ähm. Juni oder so heißt, ne? Junia, Junio, Juni. Juni, hm. Juni. Hm. Die finde ich besser, abgesehen von den Flügeln. Wieso brennt ihre Haare? Blau. Witzig. Weil sie ein Blade ist? Zu Gesicht an der Kerze. Der Dolph ist doof. Mag der nicht. Der werde ich niemals in die Gruppe packen. Der kann vergabben. Den packe ich direkt auf die Box. Das ist so ein richtiges Wauzi. Das kommt einfach auf die Box. Den werde ich nie benutzen. Auch wenn ich den benutzen muss, ich benutze ihn nicht. Dreck Benchen. Genau. Ich mag den nicht. Das sind alle in der Gruppe. Ich spiele gleich mit 6 Leuten. Ach du kacke. Das ist total unübersichtlich. Ich spiele jetzt wieder auf YouTube hoch. Yes. Kommt alles auf YouTube. Also die Dinger, diese Fatclubs habe ich bisher noch nicht begriffen, was die überhaupt machen. Und die filmedzeigen, die sie noch gerade erstellen, die Nopon kommt. Hände ich, was der Wolfgang, am eigenen. Wir hatten hier so eine sehr wichtige Rolle. Wie bitte? Nopon... Wie bitte? Mein Name ist Lands. Mohammed genauso wie das Cockrum. Sie sind die im Namen der Nopon. Ich bin nicht so richtig. Ich habe die Bewertung gewonnen. Du bist verstanden, was das? Ich bin nicht so richtig. Es ist ja wahr. Ich kann damit auch in die Arbeit. Ich kann mich nicht in die Arbeit nicht mehr alsbringen. Ich habe das Gefühl, ich verstehe. Das ist gut. Das ist doch toll! Es ist doch nicht so, was ich jetzt so gesehen. Also, wie geht's das? Ich bin ein bisschen entfernt, aber hier ist noch eine Köln der Köln. Ich bin froh, dass hier eine Köln der Köln ist. Wo ist das? Wir haben auch eine Köln der Köln. Dann müssen wir die Köln der Köln? Ja. Und so, Yu-Ni, was du machst? Ich muss voll lesen! Seht ihr das? Voll kacke! Auf japanisch. Ach du kacke, mit jedem Quatschen. Ich kacke ab. Kann ich jetzt eigentlich dann auswählen, mit wem ich laufen möchte? Ich will nämlich nicht mit dem Noah laufen, der ist doof. Ich will mit Yu-Ni laufen. Ich will richtiger Heiler sein. Gibt's eigentlich auch Multiplayer? Könnte ich jetzt hier nicht eigentlich auch Leute für euch rufen, oder so? Oh, ups. Wir sollen alles einsammeln, was nützlich ist. Okay. Untersuchen. Scheiße, ich hab vergessen, ob ich eigentlich umzustellen. Ich habe auch noch einen Köln der 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 Köln. Ich bin ja nicht erst so dran als unter Conferenceicon. Ich kann auch noch Nuedel mit den Köln der 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 Köln, Él er vaut nicht mehr. treatments? Oha, wir haben gar nicht gesehen, wie die sich umziehen. Das ist ja so. Wir haben noch einen neuen, neuen. Danke für den Glück. Ja, das ist so. Oh, genau. Was? Hast du dich nicht auf dem? Oh, das ist doch. Ah, ja, ich habe dich auf dem. Ich habe die Stücke auch. Ich habe die Stücke auch. Ich habe die Stücke auch. Die Stücke ist gut, oder? Das ist gut, oder? Ich habe die Stücke auch. Ich habe die Stücke auch. war die magie stütze die finde ich auch gut den hasse ich den hasse ich so sehr Leute sag mir wie ihr ihn hasst der ist cool oh ja die ist es ich sag das euch na geht so den mag ich auch nicht ja das ist meine Zeit ich habe mich vergessen ich habe mich vergessen wenn ich das Zeitpunkt kommt dann es ist heute ich habe drei Monate und dann ich werde von diesem Welt habe ich immer gedacht Ich dachte mir, was ich werde, was ich, was ich, was ich. Ich habe mich so viel zu sehen. Ich habe es in den vielen Dank gelungen. Ich bin der Fall von der Ich bin der Fall, aber ich bin der Fall. Aber ich bin der Fall, dass ich mich und ich bin, dass ich das zusammen sein kann. Das ist ein sehr, was ich. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall, dass ich wirklich eine Chance habe. Wer hat hier die Idee, dass wir auf Japanisch umstellen? Der wird gleich gebannt, ey. Ich muss alles hier mitlesen. Ich kann nichtmals umstellen, jetzt in der Scheiß-Cutscene. Ich kann nichtmals umstellen, jetzt in der Scheiß-Cutscene. Ich glaube, dass die Menschen geblieben sind, dass die Menschen geblieben sind. Ich bin sehr interessiert, das ist. Ich denke immer, dass die Menschen geblieben sind und die Menschen geblieben sind. Die Verbindungen sind die Verbindungen. Verbindungen? Moin, Leute! Also, die Klamotten sind schonmal sehr viel... Wer ist das denn? Ja. Oha! Jetzt haben wir sie alle! Oga! Mächtige Wache, Taktiker, Heilschütze, Sephir, Schwertkämpfer. Also, Taktiker, du bist raus, ich hasse dich. Agnus und Kjöbäß machen sie zusammen. Taktiker, wie ein bisschen ungeladen ist, aber es war so, dass sie das Gefühl haben. Wir wollen alle leben. Das ist das, was ich zu tun. Das ist wieder ein Rückblick. Spielst du auf Japanisch? Ja, leider. Irgendjemand hat ja im Chat die Idee. Dann haben wir das mal ausprobiert, weil ich es auch interessant finde. Und jetzt haben wir die dritte Katze hintereinander. Eine halbe Stunde muss ich hier alles lesen. Ich stelle gleich wieder auf Englisch. Verfunkt? Da stand schon wieder verfunkt. Was heißt das verfunkt? Hä? Wer ist das denn jetzt hier schon wieder? Doppelschwert hat die will ich. Ich verstehe irgendwie so das große Ganze nicht. Die haben die übelst krasse Technologie. Aber alle Kolonien hassen sich gegenseitig und müssen sich gegenseitig killen, damit die Energie haben für irgendwas. Und es gibt stärkere Kolonien und billigere Kolonien. Du kannst aber auch nicht in andere Kolonie wechseln oder so. Und die leben nur 10 Jahre. Angeblich. Ich verstehe gar nichts. Was wird am Ende erklärt? Man, das hast du Teil 3 schon durchgespielt? Also? 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 Das ist ein gutes Zeichen. Oder? Wie ist das? Was ist das aus? Es ist ein glückliches Erfolg, D. D! Kennen wir noch D? P! Und? Wer war diese großartige Kacke? Wer war das? Das ist ein D. Das ist ein D. Ich habe auch zwei Kronien. Wenn wir uns auswählen, dann haben wir schnell die Dinge verabschieden. J., das ist eine Worte. Das hat sich gemelt. Aber wenn wir uns auswählen, dann wird es das, dass ich... H! Kudan ist der Köln-Eight-Tonbatsch, oder? Jetzt ist es mein Leben. Ich bin der Köln-Eight-Tonbatsch. Z? Ich bin der Köln-Eight-Tonbatsch. Ich bin der Köln-Eight-Tonbatsch. Ich bin der Köln-Eight-Tonbatsch. Das ist bestimmt X. Z, der ist der Boss, oder? K, ich bin der Köln-Eight-Tonbatsch. K, Ich bin der Köln-Eight-Tonbatsch. Ich bin der Köln-Eight-Tonbatsch, oder? Kann mich bitte gleich jemand erinnern, dass ich wieder auf Englisch mache, sobald wir das wieder können? Jaaaa! Hooooooo! U-O-Ri-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Schmiettach, naa ni o jette iru? Ah, Taion, oha yo! O-oh, okoßtemahtak! Asapara karanana kise ohaßtale ja darle datte o kiru De? Naa, korka? Das mit den Cutscens hat ja auch sein Gutes. In der Zeit kann ich nichts falsch machen. Ich kann nicht sterben. Keine Fragen von mir, außer dass ich nichts verstehe. Aber ich habe gesagt, dass ich dich nicht verstehe. Also... Ich glaube, dass ich mich auch nicht verstehe. In der Grunde genommen, warum ist das Verbindung? Ich könnte mich nur mit Lanz und mir sein. Das ist... Ich glaube... Das ist das Wichtigste, Wichtigste. Na? Das ist das Wichtigste? Das Wichtigste. Das Wichtigste, dass ich mit Lanz und Lanz ist. Ich würde auch lieber die nehmen als Lance. Bin ich early. Wir waren alle in diesem Ort. Es gab keine Unterschiede. Aber... Wenn man sich die Unterschiede... Ich dachte, dass ich mich... Ich wollte mich, dass ich mich alle. Und dann... Ich wurde dieses Bild. Das ist... Du sagst, was du? Ja. Wenn du dich erinnerst, dann wird es diese Bild? Ich glaube... Professor Mekabeert. Die ist ein bisschen wie tiefer. Ich mag die. Nein, nein, nein. Viel Happi gemacht. Bitte sag mir, ich kann jetzt mein Team vernünftig auswählen, so wie ich das will. Das ist das Schwert? Das ist das Schwert. Das ist das Schwert. Ich will meine kleine Schüttler wieder in die Hebel. Das ist ein bisschen wie, wie ich es vorlese. Was wird auch ein bisschen wie ein Problem. Ich muss alles machen. Ich muss alles machen. Ich muss alles machen. Ich muss alles machen. Leute. Okay. Anderen Charakter steuern. Jetzt geht's doch los. Nach vier Stunden. Halte ZL und verwende LR, um einen anderen Charakter zu steuern. Ein Wechsel ist sowohl beim Erkunden als auch im Kampf möglich. Geil. So, Juni, komm ran. Alter, ich habe wirklich alle hier. Ich werde diesen einen Typen nie benutzen. Er kann von mir aus immer sterben. Ich hasse den. Den werde ich auch nie heilen. Tarion. Tarion werde ich nie heilen. Ich level den auch nicht. Ich will, dass er immer stirbt. Auf jeden Fall mit sechs Leuten. Ist auch irgendwie geil, ne? Oh, oh. Komm, eine Greta mal ran. Ich will mal wissen, wie es abgeht. Alter, was hier abgeht. Tolles Ackermatch. Natürlich. Alle auf den. Ich bin feppend. Hier, stärkender Ring für euch nochmal. Jetzt muss ich auch voll drauf achten, wie ich heilen muss, ne? Ich sehe das ja gar nicht so richtig. Jetzt verstehe ich auch, wieso man alle zusammenrufen kann. Weil die ja alle in diesem Regen sind. Jetzt kommt mal alle ran hier. Ich habe versammelt. Heilen. Die greifen hier nicht an. Guck mal, die greifen nicht alle an. Bestimmt, weil die zu nah dran sind. Ihr müsst euch verpeilen. Naja, wenn die sich versammeln, dann greifen die sich wirklich an. Ja, schon. Alter, das war geil. Einfach alles weggeballert. Fällt mir. Englisch. Manzel. Guter Mann. Gut gut. Sehr gut aufgepasst. Elia im Klassenbuch vermerken. Ach, war nicht letzt eben auch was zu untersuchen? Vor einer Stunde oder so? Hi, King Mike. Maness hat gesagt, er hätte was mit 1 und 2 zu tun. Ich kann dir das nicht sagen, weil ich habe 1 und 2 nicht gespielt. Auf jeden Fall haben wir hier Mio irgendwo. Mio, wo bist du? Da ist Mio. Und die ist ja wohl aus irgendeinem Teil, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber die ist gerade ein bisschen kamerascheu. Na, na. Ey, ist das nicht da, wo ich eben war? Oder nicht hinkam? Ja, gut. Was für ein schönes Bild. Hm? Warte, das ist nicht der richtige Weg, ist es? Wir sind einfach zurück in Alfetto Valley. Mach das Ding hier und... Okay. Natürlich. Ah! Habe ich mir jetzt gerade hier so ein Schnellreise-Ding gebaut? Komme ich hier jetzt eigentlich hin? Theoretisch? Nee, kann ich nicht. Ist gesperrt. Okay, dann laufen wir mal weiter. Short Card, ja. Wieso steht jetzt rechts nicht mehr die Uhrzeit? Ich bin verwirrt. Oh, das sieht schon krass aus, ne? Schaut mal jetzt. Das ist dieser Kopf, den du meintest, ne? Und wo ist das Schwert? Da ist das Schwert. Da ist das Schwert. Da ist das Schwert. Leute. Wieder Like, Kommentar dalassen. Bis zur nächsten Folge. Traut rein! Da ist das Schwert. Mal. folgs